So ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich habe wieder mal im Wald meine besten Ideen. Ich bin jetzt zwar nicht in einem deutschen Kiefernwald, aber es sieht so ähnlich aus. Man sieht lange, dünne Bäumchen, die eigentlich entlang des Baumes nicht viel haben, außer oben eine Spitze mit ein bisschen Grün dran. Und was hat das jetzt mit Hundegesundheit und Hundehaltern und Tiermedizin zu tun? Das möchte ich dir ganz schnell erklären. Sondern stell dir vor, die Welt in der Tiermedizin heutzutage sieht ungefähr so aus wie dieser Wald. Wir haben haufenweise Bäumchen, die dünn sind, wenig Kraft ausstrahlen, die bei jedem Windchen abbrechen würden, wo oben noch ein bisschen Leben drin steckt und ansonsten eigentlich tote Stämme. Und das ist vergleichbar mit den Zuständen in der modernen Tiermedizin. Das heißt, alle machen das Gleiche, alle sehen gleich aus und sind im Grunde auch halb tot und oben ist noch ein bisschen Leben drin. Und alle machen das Gleiche, das heißt, alle stehen nah beieinander, alle sehen dabei auch gar nicht gut aus, es geht ihnen auch nicht gut, aber sie trauen sich eben auch nicht, ihren eigenen Weg zu gehen. Das heißt, der Unterschied zwischen einer Kiefer und einer deutschen Eiche, die es ja auch kaum noch gibt, aber die alleine steht, die auch einen völlig anderen Stamm hat, wo der Stamm richtig Kraft ausstrahlt und wo oben ein richtig großes Geäst und Blätterwerk dran hängt. Der Unterschied zwischen so einer mickrigen Kiefer hier und einer deutschen Eiche ist im Grunde vergleichbar zwischen einem Hundehalter, der das macht, was alle machen, nämlich möglichst wenig Raum einnehmen, möglichst wenig Platz einnehmen, ganz klein sich machen und das machen, was alle machen. Und dann eben auch die entsprechenden Ergebnisse hat und eben einem Hundehalter, der sich eher an der deutschen Eiche orientiert und sagt, okay, entgegen aller Widrigkeiten und entgegen der anderslautenden Meinungen meines Umfelds gehe ich trotzdem meinen Weg. Und wenn es heißt, dass ich auch mal kurz alleine dastehe, ist es mein Weg und fühlt sich deswegen auch besser an, als jetzt das zu machen, was eben alle machen und wie so eine mickrige, halbtote Kiefer halt irgendwie in so einem Gruppenwald stehen, was zwar irgendwie halt auch Sicherheit gibt, aber eben nicht das ist, was ich wirklich will. Denn das höre ich halt ständig von Hundehaltern. Hätte ich vielleicht auch mal zuerst sagen sollen, zu eingangs, das Video ist sowas wie, mein Hund guckt mich an und sagt, hilf mir und ich würde gerne, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das ist genau die Botschaft von diesem Video. Wahrscheinlich geht es dir so wie diesen ganzen Kiefern hier, dass du quasi allein auf weiter Flur dich fühlst oder halt auch sogar stehst, dass du bei allen möglichen Tierärzten warst, die machen alle dasselbe. Das Ergebnis ist ein halbtoter Baum, wo du halt zum Leben zu viel, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig hast. Du bist damit nicht glücklich, du willst deinem Tier helfen, aber um deinem Tier wirklich zur vollen Blüte und zur vollen Pracht zu verhelfen, müsstest du eben den Weg zur deutschen Eiche wählen. Weg von der Kiefer hin zur deutschen Eiche. Das heißt, du müsstest deine eigenen Entscheidungen treffen, du müsstest auf dein eigenes Herz hören, du müsstest auf deinen Hund vor allen Dingen hören, der dich ja beim Weg von der Kiefer zur Eiche immer unterstützt. Und du müsstest die Sachen machen, die dich ein bisschen exponieren. Das heißt, wo du eine Zeit lang alleine dastehen würdest, wo du vielleicht auch dich nicht sicher fühlst, aber wenn du irgendwann deinen eigenen Platz gefunden hast, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und dich da sicher fühlst, dann bist du da eben auch fest verankert und dann kann dich eben auch nichts mehr umhauen. Und das ist dann genau der Moment, wo dann irgendwelche Nachbarn kommen können und sagen können, boah, wie geil sieht der Hund aus. Dieselben Nachbarn, die vorher gesagt haben, boah, der Hund ist ja ein Fall für den Tierschutz, wir holen jetzt mal das Veterinäramt, weil sie dem Hund ja keine Medikamente geben. Also, und mir ist klar, dass der Weg von der Kiefer zur deutschen Eiche natürlich schwer ist, also das ist das Schwerste, was man überhaupt machen kann, wenn man in einer Gesellschaft von gleichgeschalteten Duckmäusern aufgewachsen ist, so wie wir das ja alle sind. Aber das ist eben auch der Preis. Man kann halt eben entweder sich für Sicherheit entscheiden, dann sieht man halt so aus wie die hier, oder man entscheidet sich für Eigenständigkeit, für Freiheit am Ende. Und natürlich ist man dann ein bisschen exponiert, natürlich ist es dann ein bisschen anstrengend, natürlich muss man seine Komfortzone auch verlassen, das ist auch was, wo viele nicht bereit für sind. Und man muss am Ende seinem eigenen Herzen folgen und seiner Intuition. Aber das Schöne ist, dein Hund ist quasi wie ein Katalysator. Dein Hund ist wie ein Vektor, ein Wegweiser, der dir im Grunde schon zeigt, was du ja eh schon weißt. Ich meine, die meisten Hundehalter, die jetzt auch meinetwegen jetzt hier noch dieses Video gucken, jetzt zu diesem Punkt und nicht denken, der hat sie noch nicht alle, die wissen doch eigentlich, und ich denke mal, du auch gerade, wenn du das noch guckst, die wissen doch eigentlich, dass da was nicht stimmt. Die wissen doch eigentlich, dass das, was da gemacht wird, nicht richtig sein kann, aber du weißt es halt auch nicht besser. Und deswegen machst du weiter bei dem bösen Spiel mit und stehst weiter als Kiefer im Wald, halbtot, nicht wirklich schön, dein Hund genauso, aber du weißt es halt eben auch nicht besser. Und wie gesagt, das hier ist nur eine Einladung, ich werfe auch niemandem vor, wenn er sich für den einfachen Weg entscheidet, aber du kannst dir halt überlegen, entweder du hast halt Ausreden, warum du weiter mit allen anderen Kiefern krippelig im Wald rumstehst, oder du erfüllst die Bedingungen für Erfolg und für Gesundheit. Und ich meine, Gesundheit ist am Ende das ultimative Zeichen von Erfolg, weil nichts ist wichtiger. Also ich meine, ohne Gesundheit ist alles nichts und alles wertlos. Das heißt, Gesundheit ist zuerst mal das oberste Gut und der allerwichtigste, in meinen Augen, Erfolgsmesswert, weil wenn du halt nicht gesund bist, dann ist alles andere auch für den Arsch. Sorry. Das heißt, nochmal, um es jetzt mal hier zusammenzufassen, wer Gesundheit will, der muss in diesem heutigen System, und ich meine, das muss ich ja jetzt auch gar nicht in so einem Video wortwörtlich sagen, aber wir haben ja die Vernunft schon lange verlassen und wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, die ja jetzt gerade da draußen sich entwickelt, der sieht nur noch Kiefern, die gleichgeschaltet und völlig ohne eigene Meinung, verloren irgendwo im Wald rumstehen und alle halb tot aussehen. Und was es eigentlich bräuchte, ist halt ein paar mehr deutsche Eichen, oder ein paar mehr Eichen, die einfach ihren Weg gehen. Und wenn du das machst, findest du automatisch auch andere, die dann diesen Weg gehen. Und das ist auch genau das, was wir in unserer Arbeit eben machen, dass wir inzwischen ja schon eine Gemeinschaft aufgebaut haben von Leuten, die eben für sich denken und die diesen krüppligen, mickrigen Kiefernwald hier verlassen haben und die eben auf eigenen Beinen beginnen zu stehen und den allgemeinen Narrativ infrage stellen. Und ich bin natürlich mir bewusst, dass ich eigentlich Tierarzt bin und auch bei meinen Latschen bleibe. Aber es sich heutzutage in dieser Welt ja gar nicht verhindern lässt, wenn man klar denkt und auch so redet, dass man dann automatisch eine politische Ebene da mit reinbringt. Das ist mir alles völlig klar und jeder, der, wie gesagt, der eins und eins zusammenzählen kann und seinen Kopf nicht nur zum Haareschneiden hat, der weiß auch ganz genau, was ich damit im Hinblick auf die aktuellen politischen Geschehnisse meine. Aber das ist dann deine Sache, was du daraus machst. Fakt ist, dasselbe, also heutzutage ist Gesundheit ja schon ein politischer Wert geworden und was ich dir auf jeden Fall versichern kann, wenn man in einem System lebt, wo man die Gesunden inzwischen asymptomatisch nennt, ja, muss man sich mal vorstellen. Wir reden von gesunden Leuten und den nennt man asymptomatisch. Wir haben also ein Krankheitssystem und kein Gesundheitssystem. Und in diesem System ist das Erste, was du machen solltest, ausscheren aus diesem Kiefernwald und dir überlegen, wie du dich sozusagen als Deutsche Eiche eigenständig, souverän, freiheitsorientiert positionierst und deine eigenen Entscheidungen triffst. Und das fängt bei jedem Einzelnen irgendwo anders an. Komfortzone verlassen, all diese Dinge. Und wie gesagt, wer dabei Hilfe braucht, der ist bei uns genau richtig. Das sage ich eh in jedem Video am Ende, weil es einfach so ist und wir die Erfahrung inzwischen gemacht haben, dass natürlich dieser Weg raus schwierig ist und man muss halt dabei ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden, die eigenen Ängste überwinden, über seinen Schatten springen und so weiter und so fort. Das erfordert halt Mut. Und ja, der ist in dieser Zeit heutzutage rar, aber es lohnt sich. Hinten raus lohnt sich's. Und ich bin froh, dass ich meinen Weg da gefunden habe und heute durch diesen Wald spaziere und das einfach nur noch als Inspiration sehe, aber nicht mehr darin gefangen bin. Also, du weißt, was ich dir sagen will. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deinen Hund. Und wenn dein Hund eben wie so eine mickrige Kiefer aussieht und du ihn eigentlich mal wieder in vollem Glanz erstrahlen sehen willst, wie er vor dir herläuft beim Spazieren und nicht eben hinter dir hertrottet, wie ein Schatten seiner selbst. Ja, all diese Dinge, strahlend weißes Fell, Glanz in den Augen, seitig weiche Fellhaut, Verdauung intakt, all diese Dinge. Dann, wie gesagt, braucht es dich als Halter, der für sein Tier eine Entscheidung trifft, den Weg der Kiefern und der Standardmedizin mal zu verlassen und das zu machen, was dir dein Herz da schon lange sagt. Und wenn es das nicht tun würde, würdest du, wie gesagt, dieses Video gar nicht gucken. Genau, das war's von mir. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, dein Tierarzt Dr. Franz.